Park Silvgrad ist in der Eine meines westlich vertrieben. Die Westgräden hat eine Borkumfischerballe sowie die Tonne 63 und 91 sind vorübergehend eingezogen. Wir haben derzeit frühe Fischerei zwischen der Tonne 42 und der Tonne Fischkohle und Ostertal. Der Gruner zu einer Unterzugange mit dem Runddung bei KM 20 bis 41. Ihr Rücksichtamt bitte Passage. Und weiterhin Rücksichtnahme bitte für die Fräser und die Neuordniesung. Wenn du da mit Tonnenarbeit beschäftigt, dich genau abgeholt. So, es ist jetzt 950 Meter Lagenwildung. Die nächste Gäste, Sie wollen und können um 10.3 bis an 1. Eine gute Woche und Leib ist dran. Da, da ist Refik. Nicht mehr, bedankt. Endangerholt Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020